Musik Beim Schadendalk hat Innovation Group, haben Sie, Herr Frech, angekündigt, dass der Schadensteuerer in Stuttgart einsteigen wird in das Autoservicegeschäft. Was ist da geplant? Richtig, also wir können da ein Ja verheißen, was Service und Wartung anbetrifft. Wir sind in der Vorbereitung, wir haben ein Konzept, das wir entwickeln zurzeit für den deutschen Markt, sind in Gesprächen mit dem einen oder anderen. Ich habe die Bosch-Gruppe genannt hierfür, aber es heißt nicht, dass wir das zwangsläufig mit dieser machen. Wir führen Gespräche und werden mit Sicherheit auch auf dem deutschen Markt entsprechend was anbieten können. Wird das Konzept dann so aussehen wie das der Hook, also über ein Partnernetzwerk? Nein, das Konzept der Innovation Group ist gänzlich anders, ein ganz anderes Modell. Keine Flatrate-Tarife, sondern über einen monatlichen Beitrag, den der Versicherungsnehmer dann bezahlen kann und zuwählen kann für zwei Jahre Service und Wartung inklusive. Und da dazu eben auch nicht unsere Partnerbetriebe, also nicht die K&L-Betriebe, sondern eben andere Netze. Okay, das heißt, da gibt es im nächsten Jahr sicherlich nochmal wieder Bewegung im Markt. Das nächste Thema, was wir hier diskutiert haben beim Schaden-Talk, ist die Schadensteuerung, die Schadenverteilung. Es gibt immer mal wieder Marktdiskussionen darüber, dass Schäden nach A-, B- und C-Betrieben verteilt werden, taxiert über den Car-Report. Wie wird sich das Volumen entwickeln und wie verteilen Sie das? Richtig, also diese Verteilung findet statt, ja, allerdings nicht in dem Maß, in dem das angenommen wird am Markt. Der Markt denkt, wir haben 100% Entscheidungsverfugnis über die Aufträge, die ja nicht unsere sind, sondern wir sind ja nur ein Vermittler. Dem ist nicht so. Es gibt diesen Benchmark, es gibt eine Clusterung, allerdings nur für 25, grob 25% der Fälle, wo diese dann zum Tragen kommt. Und wie ich schon gesagt habe, es sind alles Top-Betriebe, die einen sehr guten Job machen und in unserem Car-Report geht es um Nuancen, um Feinheiten, wo Betriebe zeigen können, okay, sie setzen sich damit auseinander, sie gucken nach ihren Prozessen, sie gucken, dass der erste Kostenvoranschlag passt und nicht der vierte, um Kosten zu minimieren. Und das sind dann natürlich Gründe, wieso dann ein Betrieb, der eben als A-klassifiziert ist, auch dann den Auftrag mehr erhält wie der B- oder C-Betrieb. Richtig. Untertitelung des ZDF.